Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einen Karten-Trick, mit dem man die Zahl des Zuschauers herausfinden kann. Heute sind wir aber nicht wie gewohnt bei uns zu Hause, sondern bei unserer Oma. Viel Spaß dabei! Ich habe hier schon mal drei Stapel. Das ist der erste, also der in der Mitte, der von euch rechts ausgesehen ist der zweite und der von euch links ausgesehen ist der dritte. Also, jetzt nehme ich vom ersten eine Karte, vom zweiten Stapel eine Karte und vom dritten. Jetzt wieder vom ersten, jetzt wieder vom zweiten und vom dritten. So, und jetzt wieder vom ersten, vom zweiten und als letztes nochmal vom dritten. Jetzt nehme ich den iPad-Taschenrechner und gebe ein, also als erstes 965 plus 231 plus 478 und das sind, das könnt ihr es nochmal sehen, 1665 und das stand auch auf dem Joker.